Ich wusste ja bereits im Vorfeld, dass du am Derby teilnimmst. Du hast dir wirklich einen fulminanten Rhythmus mit dem Gunna Be Good gezeigt. Und auch sonst warst du wirklich erfolgreich. Also Vierte in der Youth im NRAJ Germany Derby im Go-Round. Und gleichzeitig im Go-Round hast du es geschafft, in Level 1 und 2 ins Finale einzuziehen. Wirklich ein ganz toller Erfolg. Herzlichen Glückwunsch. Des Weiteren warst du die beste deutsche Stadterin im CAI, junge Reiter, Entschuldigung, Junioren. Und da hast du gleich den zweiten und den dritten Platz belegt. Das muss mal einer nachmachen mit der CS Picasso Gun und Gunna Be Good. Wie fühlt man sich danach, Celine? Also ich fühle mich super. Hätte es nicht besser laufen können? Nee, also super. Kennst du eigentlich nicht das Gefühl von Angst? Deine Ritte waren so schnell. Da ist es einem ja schon beim Zuschauen schwindlig geworden. Ja, also eigentlich nicht. Wenn ich rein reite, dann habe ich gar keine Angst. Also Reiten ist sozusagen dein halbes Leben? Ja. Und wer hilft dir dabei? Wer unterstützt dich? Wer trainiert dich? Also meine Eltern und mein Trainer, der Felix Schnabel. Auf jeden Fall, ja. Und wie oft reitest du so pro Woche? Fast jeden Tag. Dann kann der Erfolg ja nicht ausbleiben, ja. Du reitest ja noch nicht so lange. Ich erinnere mich noch 2012 an einen Jugendkurs beim Felix Schnabel, an dem du teilgenommen hast. Und seitdem hat es dich gepackt. Ja, ich habe 2011 mein erstes Trainingfeld gekauft. Und ja, danach ist es alles so gelaufen. Und hast du bestimmte Wünsche oder Vorstellungen jetzt so für die nahe Zukunft in Sachen Reiten? Ja, also heute Abend ein Derby-Finale wäre natürlich schön, wenn es gut laufen wird. Und ja, das deutsche Team wäre auch schön. Und ja. Und weitermachen so wie bisher. Trainieren und gut reiten. Ja, genau. Selin, vielen Dank für das Gespräch. Wir drücken dir natürlich alle Daumen, ja. Und du rockst das ganz bestimmt. Weiter, so Selin. Danke.